Du fliegst in den Urlaub, fliegst am Strand oder willst zu zweit einen Film anschauen, den Ton aber nur zu zweit hören von deinem Handy. Hi Servus und herzlich willkommen auf CBTube. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Chris und ich zeige dir, wie du deinen Ton von deinem Smartphone mit einer weiteren Person teilst. Ich zeige dir dieses auf meinem Samsung Galaxy S8. Das geht sicherlich auch mit einem anderen genauso, nur vielleicht ein bisschen anders. Als erstes schaltest du dein Smartphone an. Dann gehst du auf Einstellungen, also auf das Zahnrad, Verbindungen, Bluetooth, dann oben rechts auf die drei senkrechten Punkte, erweitert, dann oben auf Dual Audio, den Schieberegler auf blau stellen. Darauf poppt ein Fenster auf, mit dem Hinweis, dass die Medienlautstärken-Synchronisierung ausgeschaltet sein muss, um die Funktion zu nutzen. Hier drückst du auf Ausschalten. Dann schnappe ich mir die Earbuds, die sind schon verbunden mit dem Smartphone, und stecke sie mir ins Ohr, dann sind sie quasi schon verbunden. Mit dem zweiten Bar machst du es genauso. Weil ich diese allerdings noch nicht verbunden habe, sehe ich sie unten unter verfügbare Geräte. Dann drücke ich drauf, jawohl, will ich. Und nun siehst du, dass beide Earphones oben blau sind, also verbunden. So können zwei Personen vom Smartphone den Ton hören und die Lautstärke jeweils an den Earbuds verändern. Falls dein Smartphone kein Dual Audio hat, dafür aber eine Ginge-Box, hier kannst du dir das oben rechts verlinkte Video anschauen. Ich danke dir recht herzlich fürs Zuschauen und wenn dir das Video gefallen oder weitergeholfen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Genauso freue ich mich auf einen Daumen oder Kommentar von dir unterhalb des Videos. Pass auf dich auf, bleib vor allem gesund. Tschüss, ade und ciao, ciao. Tschüss, 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 tschüss.